Amulett der Könige, sagst du? Was ist denn das? Erhöht die maximale Gesundheit um 15 Prozent, verbindet sich mit anderen Gesundheitszauern. Gut, dann würde ich sagen, durch den Abgrund jetzt. Da backt die sich da oben hin. Hm? Hui! Ja, und nun? Oh, hier ist stachelig. Ja, okay, gut. Ups. Da drüben geht es aber unten weiter. Unten, ich glaube hier, warte. Ne, da sind Stacheln, ja, da könnte man aber auch durch. Auf jeden Fall müsse man da durch sogar. Wir müssen da sogar durch. Na, bitte aufpassen, wenn die scheiß Stacheln. Und da oben ist ein Trank. Oh. Ah, haua! Und da kannst du mir da mit der Diebe ran durchhängen, aber... Na, die ist tot. Na, dann schlafen wir nochmal zurück. Da kommt hier noch irgendwas. Noch mal so ein Punkt. Und jetzt noch mal runter und bleibt doch mal ab. Ach, nach unten macht er das auch. Oh, da oben ist auch... Achso, nee, der Drang ist ja da oben drüber. Ich bräuchte das... Nein! Warum bin ich jetzt abgestürzt? Hm. Kannst du die auf jeden Fall wieder nehmen? Ach, nee. So. Mach mal so. Oh, was hab ich denn hier für rote Hände? Von der Tastatur, ey. Vom Auflegen. Sind meine Hände ganz rot. Vom was? Vom Auflegen hier von meiner Tastatur, wo ich meine Hände drauflege. So an der Kante. Das ist meine Hand rot. Ich glaube, abgefärbt hier. Blutstau. Oh, ich geh hier echt krachen. Ziemlich warm bei uns. Ja, bei euch. Ha, ich hab's. Und morgen noch mehr. Morgen sonst... Noch mal ein paar Grad mehr werden. Ich komme. Hm. Ich seh's. Hast du alles, was du haben wolltest? Ja. Sofie, 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 sofie. Ich hab vor, so... Weißt du, im letzten... Am Ende von dem Fahrzeug hab ich doch die große Fresse gehabt. Es hält sich in Grenzen, so schwierig. Oh. Ich bin jetzt grad. Hm. Oh, ich glaube, wir kommen... ...dem Ziel... ...immer näher. So, zack. Yeah. Oh, hier wär auch ein Punkt. Die Mühe umsonst gewesen. Oh. Da kann man ja nicht vorher wissen. Nee. Hä? Ach, Mann. Hä? Will mich das Ding verarschen? Weiß ich nicht. Ach, ist der Mechanismus oder was? Hä? Ich komm mit dem Dicken nicht auf diese Plattform. Ich weiß nicht wieso. Hä? Will der mich völlig verkacken? Hm. Ich guck mir gar nicht hoch und ich versuch ja. Alles Mögliche. Neu! Ja! Was ist das Scheiße? Oh, Vorsicht. Ich glaub, da müssen wir wieder was einschlagen. Hä? Hä? Da musst du mal kaputt machen. Hä? 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 Okay. Okay. Hier, das Brett kannst du kaputt machen. Aha. Hier auch. So. Mana. Wieder nach oben. Warte. Okay. Hier müssen wir, glaub ich, was einschlagen. Warte. Nicht einschlagen. Ja, warte. Die Faust schulde ich dir gleich runter. Ja, das sind zwei Stück. Das ist, äh, wieder so ein Gewicht. Ach so. Irgendwie Gewicht. Keine Ahnung. Ohoho. Ich glaub mal weggeklatscht dich. Pfff. Und da unten öffnet sich ein Tor. Mann, oh Mann, oh Mann. Das läuft hier bei uns. Okay. Ja, da ist noch ein Trank. Oh, da oben sind noch mehr Tränke. Und da ist ne, ne Kiste. Wenn du runterfällst, dann ist da ne Kiste. Auf der linken Seite. Ich hab, ich hab die Kiste. Okay, super. Super. Ähm, Viktors Krone gefunden. Cool. Viktors Krone, was ist Viktors Krone? Erhöht die maximale Anzahl der Planken, die der Zauberer hat. zugleich aktivieren kann. Und zwei verbindet sich mit roten... Blablabla. Ähm. Okay. Ja, dann hätte man das gar nicht abgeraten brauchen, was? Seine Fähigkeit. So, ich warte mal hier vorne auf dich. Damit wir gemeinsam durch das Tor natürlich gehen. Ich muss gleich niesen. Mach doch. Gesundheit. So, stopp. Stopp. Was machst du? Nee. Nee, nee, nee. Es geht hier noch weiter. Das ist doch Lillenzent, oder? Nee. Ach so. Ach so. Doch? Lillenzent. Ach nee, gut. Nein, alles gut. Alles gut. Ich glaub, hier kommt noch ein Boss. Ich glaub, hier kommt ein Boss. Oh, 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 oh. Nein, sterb mir nicht. Vorsicht. Lass mir erst mal die Dinger wegmachen. Ja, oder mach's auf die Stacheldinger. Ach du Sau. So. Ouch. Da oben ist auch nichts mehr, also. Man könnte jetzt ziemlich gut die Frau gebrauchen. Warte mal, komm doch auf. Ach, du Kackwurst. Ich bin gestört. Äh. Was denn? Ja, ich muss ja auch rüberkommen irgendwie. Ich mach meinen Weg frei. So. So anstrengend. So anstrengend. Ich hab die Tränke. Nee, okay, okay. Das hier. Unser Labing. Ach, jetzt ist so ein Scheiß dran in Simana gefallen. In die Lava gefallen, würde ich sagen. Oh, na super. Na, schon wieder der Zweite, ne? Ja, da gehst du oben einfach geradewegs runtergeflogen. Könnte ich jetzt nichts machen. So, da wollen wir uns mal einen Weg nach oben bauen. Da hat der Onkel natürlich leichter mit seiner Diebin. Der hatte ich die ganze Zeit nicht gehabt. Nö, ich brauch mal die Platz rum. Ich hab den Krieger gehabt. So. Huch. Okay, was ist das denn? Das waren meine Explosionspfeile. Achso. Geschafft. 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 Zack. Ich bin drüben. Okay. Ich bin drüben. Nein. Oh Gott. Oh nein. 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 Jawoll. Scheiße, diese dünnen... Ja, ja. Fähle. Tja, ist nie so einfach, gell? Oh, noch einmal, dann bist du weg. Oh, da kommt noch ein Kill, der hat angesprungen. Ja, der hat sich selbst gemordet. Oh, Mann! Ey, wir hängen schon 41 Minuten an den Scheiß-Level. Scheiß, geh doch. Oh, oh. Oh, oh. Oh, jetzt wach dich da hoch. Ja. Und jetzt? Hä? Ja, das wirst du wohl nicht schaffen. Nein! Ey, du hättest nur zurückgehen brauchen. Ich hab auch gerade gedacht, ich bin nicht doof. So, alle wieder vereint, auf eine neue Runde hier. Ich mach die Plattform weg. Ja, weil ich ja auch irgendwie rüber muss. Nicht nur du. Mit deinen Tatsan. Ja, ja. Das war gerade wieder so ein Timing. Das war ja nicht. Das war ja nicht. Aua! Bis auf! Auf dem Gegner! Jups, ups. Gucke mal, wie das lebt. Huss! Was war da denn? Ja, dieses blöde Scheiß! Sau! Äh, hm. Warte mal. Brauchst du was da unten, ne? Das kriegst du so hin. Eigentlich ja. Das war daneben, das war daneben. Au, ach, Mann. Ich glänze hier voll. Du brauchst wohl da oben nicht hin. Warte mal. Schau. Was? Uh. Uff! Aua! Ja, ich hab dich gefragt. Ich hab dich nämlich die ganze Zeit... Äh, okay, warte mal. Okay, so. Warte. So. Ich komm da nicht hin. Hm. Ja, warte. Ja, das geht aber nicht, sofern ich dieses Ding hier in der Hand hab. Ähm. So, mal ganz locker runter. Werd da stehen, bitte. Okay. 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 Nice. Nice. Alter Schwede. Oh, scheiße. Nee, oder? Oh, nee. Ich muss... Alter, Frau Walter. Immer mit der Ruhe. What? Okay, das war stachelig. Okay. Wow. Ja, sehr schön. Na, geh. Nee, kannst du knicken. Da ist so viel los da unten. Da ist überhaupt noch ein Trank und alles. Ganz unten, oder was? Da, wo ich runtergeplumpst bin, war auf jeden Fall noch ein Trank. Den habe ich, aber ich bin tot. Okay, okay, scheiße. Ja, toll. Da hinten ist blau. Ja. Nee, nee, ja. Oh, oh, oh. Wie geil. Oh. So. Haben wir alles mitgenommen? Oder fehlt noch irgendwas? Guck mal. Ich bleibe lieber hier. Ich trau mich nicht. Da haben wir alles mitgenommen. Aua. Okay, da unten ist auch noch ein Trank. Ich glaube, wenn ich da rübergehe, geht alles kaputt, oder? Was ist das hier für ein Ding? Siehst du, ich wusste es doch. Hm? Scheiße. Sprichst du nicht raus? Äh, ich bin nicht rausgekommen. Achso. Ups. Kannst du den mal ganz schnell kaputt machen? Okay. Gut, warte mal. Hä? Was ist das für ein Feuer? Tötet mich das? Nee. Wow. Okay. Das ist dummig eingebaut. Oh, scheiße. Oh. Ist das eine Scheiße, sag ich dir. Geh hier rüber. So, was passiert hier? Eine Kiste? Gib mir mal die Zauberer wieder. Warte, Moment. So. Dankeschön. Ach, Mensch. Ich gucke auf welchen Knopf. Oh. Okay, ich habe das Tor geöffnet. Ha, hier drüben. Jawoll. Okay. Ich gucke auf. So. Hangel? Nein. Er macht alles kaputt, ey. Hör auf. Hör auf. Ja, das Problem. Wir brauchen ihn ja. So, zack, zack. Irgendwas habe ich gerade gehabt. Nein. Das ist zu hoch. So, wie kommen wir jetzt wieder da unten ran? Hm. Ja. Die Frage, nächste Frage. Ich habe zwei, drei Dinger mit dem Dings weggemacht. Kannst du die unten mit dem Hammer wegmachen? Ich weiß es nicht. Wo? Nee. Da sind alle da bei mir. Ich habe Holzbalken weggemacht. Ähm. Aber bloß hintere. Unzählenbarer. Hier brauchst du nicht runter, weil hier, ja. Doch, guck, so kommst du rein. Echt? Okay. Gut. Super. Oh, scheiße. Alter Schwede. Ich bin nur gestorben. Oh, scheiße. Oh, oh, oh. Boah, das ist so ein Krampf, ey. Nein. Okay, also man kommt da rein. Definitiv. Oh Gott, was mache ich? Nein. Nein. Ja, ich bin drin. Nein. So, du bist der letzte Überlebende nur noch, ne? Erstmal. Ja. Alter. Hm, da drin geht's ja doch. Ja, schön, dass du sowas hast. Das ist praktisch. So. Danke, danke, danke. Da habe ich schon was gebaut. Pass auf dann. Irgendwo bin ich dann runtergestürzt. So, und nu? Da oben ist die Plattform wieder. Oh, danke. Zu gut, Lapp. Hm. Äh. Wieder hinter dir unten? Hm. Ich bin drüben. Sehr schön. Was ist das denn hier für ein Level, Alter? Das ist echt schwer. So, und wie komme ich jetzt rüber? Na dann, wo bist du? Hm. Na ja, hier bin ich. Machst du wie ich? Machst du wie ich. Hä? Ich mach so was. Oh, super. Wir müssen auf den Turm klettern. Nein. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Oh, Herr Liss. Oh. Ja, sie hat ein schlechtes Gefühl. Also ich glaube, aus diesem Part müssen wir zwei machen, oder? Nee. Wir machen jetzt hier einfach Schluss. 50 Minuten haben wir jetzt hier für dieses Level gebraucht. Das ist ja wie. Ich weiß nicht, ob ich das so hochlade oder teilen werde. Das muss ich mir nur überlegen. Ja, weil bei mir dauert das etwas länger, so ein Part hochzuladen, da ich ja nicht so eine gute Leitung besitze, wie der Onkel, hä, mit seiner... Nein, na, wir teilen den Part. Habt ihr dann gesehen. Also ihr habt dann halt mal keinen Abschluss in dem letzten Part. Macht aber doch jetzt nichts. Gut. Na, dann machen wir das so. Alles klar. Alles klar. Dann verabschieden wir uns und bis zur nächsten Runde. Tschüss. Bis.